Es gibt eine neue Bande. Er ist am Dach, er ist am Ziel. Jetzt ist er ein Krokodil! Wenn du dazugehören willst. Ich will nicht auf die Sonderschule. Das sind nur Behinderte. Da findest du vielleicht leichter Anschluss. Hi. Tschüss. Auf keinen Fall kommt der Spastel hierher. Der kann doch nicht mal schmierig stehen. Oder wegrennen. Es sei denn, es geht bergab. Dann mach dich bereit. Mama? Wir haben den Laden überfallen. Ich kann dir irgendwie helfen. Du kannst nichts machen, du bist noch zu klein. Ich bin ein Krokodil. Ich bin nicht zu klein. Alter, 1000 Euro Belohnung. Damit kannst du ja noch so auf Kreta kaufen. Ich hab's gesehen, den Einbruch. Echt jetzt? Ich sag's dir, wenn du mich mit zu eurem Draftpunkt nimmst. Dann musst du dich auch mal pissen? Nö, nö, geht schon. Wollst du ihn jetzt mal raus oder willst du durch die Hose pinkeln? Mit welcher Hand denn, du Penner? Für das Abenteuer deines Lebens. Schnell! Süß. Ich bin klein. Ich bin wild. Wild, wild. Ihr verpisst euch rein hier. Das Ding sieht aber ganz schön morsch aus. Was? Total stabil. Mein Schmerz! Und du? Hast du heute irgendwas besonders erlebt? Ich? Och, nö. Wieso? Kai, Maria, Olli, Jorgo, Frank, Peter, Elvis und ich. Wir sind die Froststadt-Krokodile! Entschuldigung, hallo. Wurde ich mal? ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017